Hallo zusammen, ich bin Marco Gmönde und mache die Lehre als Automobilfachmann bei der SIPFESLA AG. Und heute zeige ich euch mal meinen Berufsalltag an. Ich habe mich für diese Lehre entschieden, weil mich von klein auf schon für Motoren interessiert habe und die BMW hier drinnen einfach die Besten sind. Zwei Mal im Jahr schaut man auch, dass unsere Kunden für Sommer- und Winterzeit parat sind und dann wechseln wir. Musik Dass alle Motoren von diesen Autos auch sauber laufen, haben es einen Ölserviceintervall. Hier wechseln wir Öl mit dem Ölfilter. Musik Zum Service gehört auch ein Zündketzenwechsel. Musik Auch Linkgill mit reinstellen gehört zu meinem Berufsalltag und soll zwischendurch auch wieder einmal kontrolliert und eingestellt werden. Das ist wichtig, damit das Fahrzeug schön in der Spur bleibt. Damit das Pneu schön abgefahren wird. Weil der Kraftstoffverbrauch und der Rollwiderstand dementsprechend sinkt. Musik Hier ist ein kleiner Einblick in meinen Berufsalltag. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr vorbei und lasst euch faszinieren. Musik 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 Vielen Dank.